Meine Damen und Herren, willkommen heute Abend hier im Kakeil. Ich habe die Ehre, als Vertreter von Schweizer Monat Medienpartner Sie zu begrüßen heute Abend und die kurze Ansage zu machen. Wir haben heute Abend Roland Reichenbach hier. Roland Reichenbach ist Professor für Erziehungswissenschaften an der Universität Zürich. Er ist ein Mann des Widerspruchs und der Heterogenität. Er steht für verschiedene Programme. Ich habe nachgelesen in verschiedenen Interviews, die er gegeben hat in den letzten Jahren. Da sind mir immer wieder Sätze aufgefallen, wie zum Beispiel Erneuerungen sind, wenn überhaupt, nur langsam umzusetzen. Das ist etwas, das relativ untypisch ist in der heutigen Zeit. Oder es sind vielmehr die Schulen und nicht die Schüler, die überprüft werden sollten. Auch das finde ich interessant, als Vater zweier Kinder, sehr interessant, über die Schule nachzudenken. Oder der dritte Satz. Entscheidend sind Lösungen, die die Verdummung der Mehrheit verhindern. Nun, da merkt man schon, das ist ein Mann, der kann in kurzen, knappen Sätzen verdichten. Und eben erfordert auch den Widerspruch heraus. Ich freue mich sehr, diesen Mann heute Abend hier erleben zu dürfen mit Ihnen. Ich habe ihn selber noch nie kennengelernt, noch nie gesehen. Ich denke, es wird sehr spannend. Marco Mayer hat die Aufgabe, ihn auf den Zahn zu fühlen. Marco Mayer, Philosoph und Gastgeber heute Abend mit Roland Reichenbach. Bitte begrüssen Sie die beiden Herren mit einem kurzen Applaus. Danke. Herzlichen Dank, Kollege Affentranger, für die freundliche Einführung. Herzlich willkommen, Herr Roland Reichenbach. Kurz zwei Bemerkungen zu heute. Sie können eigentlich die Zeitung jeden Moment aufschlagen. Sie finden Themen zur Bildung, zur Erziehung noch und noch. Gerade heute im Tagesanzeiger ein Artikel über das Rating von Hochschulen. Ein Ausdruck der Ökonomisierung. Wir hatten eine Geschichte über Lungen, eine Schule, die offenbar im Implodieren sei, weil dort eine Schulleitung im Moment im Ausstand ist. Wir hatten eine Geschichte, letztendlich auch wieder über die Frage, zweite Fremdsprache, ja oder nein. Also permanent sind eigentlich die Themen am Horizont. Herr Reichenbach, sind Sie, Sie waren ja Lehrer, primär aus Begeisterung, weil Sie ein guter Lehrer waren in den Erziehungswissenschaften? Oder warum überhaupt sind Sie Lehrer geworden? Hatten Sie gute Lehrer? Was war eigentlich der Anfang dieser Karriere? Wenn man die eigenen Motive erhellen könnte, das wäre schön. Aber es gibt auch Motive, die so auf der Hand lagen. Und ich bin ja im Berner Oberland aufgewachsen und ich wusste tatsächlich nicht, was machen. Es gab diese Berufsberatung, da war ich beim Berufsberater und der sagte, ich solle unbedingt Grafiker werden. Und das hat mich eigentlich sehr fasziniert. Zur gleichen Zeit hat er aber gesagt, die Grafiker, die haben eigentlich fast keine Chance, eine Stelle zu finden, nur einer auf etwa 40. Dann wusste ich, da kann ich jetzt nicht Grafiker werden. Und dann war die Option, Lehrerseminar oder Gymnasium. Und ich bin ins Lehrerseminar nicht unbedingt, weil ich Lehrer werden wollte, das muss ich zugeben, sondern weil man dort verstärkt sich der Musik, der Kunst und dem Sport widmen konnte. Das waren die Hauptgründe. Und dann bin ich zwangsläufig ein bisschen auf die Pädagogik gekommen. Und dann bin ich zwar leer geworden und dann habe ich... Wie viele Jahre waren Sie leer da? Eben nicht. Gar nicht? Ja, es tut mir leid. Also wieder einer dieser Pädagogen, der den Schulbetrieb nicht kennt. Der nichts kann, der nur alles besser weiß und eigentlich, ja, so ist es. Aber ich habe mir so das Studium in Fribourg in klinischer Psychologie und pädagogischer Psychologie sowie in philosophischer Ethik finanziert. Das heisst, ich habe dann während fünf, sechs Jahren Schule gegeben an ganz unterschiedlichen Orten. Wenigstens ein bisschen von der Schule verstehe ich schon was. Okay, wenn wir so diese Schlagzeilen erwähnt haben, was ist Ihre Sicht dieser ganzen Geschichte? Man hat den Eindruck, tausend Reformen überall. Es gibt ganz laute Kritiker. In Deutschland der David Richard Precht, der Philosoph, der spricht von einer Bildungskatastrophe. Immer wieder neue Ansätze von totalen refermpädagogischen Umkehrungen im ganzen Schulsystem. Jetzt im Moment auch SVP auf der Frontseite des Blick. Man solle die Geisteswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Soziologie runterfahren um 50%. Also, wo sind wir? Einerseits, wenn man über Standortvorteile der Schweiz redet, sagen alle Bildungsniveau sehr hoch. Und intern im Land dauernd diese kritischen Stimmen gegenüber der eigenen Schule. Das waren jetzt sehr viele Aspekte, das muss man zugeben, oder? Ich würde sagen, das eine ist die Reform und die beschleunigten Reformen. Das heisst, eigentlich müsste man verstehen, warum gibt es immer mehr Reformen? Stimmt das überhaupt? Und ist es so, dass sie schneller aufeinander folgen? Was bedeutet das für diejenigen, die sich mit diesen Reformen identifizieren sollen? Da gibt es ganz sicher ein Problem. Das heisst, die Beschleunigung in der Gesellschaft. Gleichzeitig glauben wir nicht, dass wir sehr viel verändern. Und das ist ja das Paradox. Das heisst, man muss dauernd sich offenbar anpassen und innovieren, wie es heisst. Aber es verändert sich offenbar nicht so viel. Und dieser Aktivismus, von dem man nicht weiß, wohin er führt, das ist ein großes gesellschaftliches Problem. Nicht nur im Bildungsbereich. Der Paul Virilio hat das genannt, rasender Stillstand. Und ich glaube, der rasende Stillstand ist das, was die Menschen berichten, wenn sie sich eigentlich, man arbeitet den ganzen Tag oder über die Wochen, über die Jahre. Die Technologien sind da, die uns offenbar es ermöglichen, dass wir schneller arbeiten. Aber wir haben trotzdem nicht das Gefühl, dass wir vorwärts kommen. Das ist der rasende Stillstand, wie so ein Hamster in einem Rad, die sich abmühen. Und wenn man noch jung ist, also ein kleiner Hamster, da hat man noch eine große Motivation. Und dann merkt man plötzlich, das sind einfach unterschiedliche Räder, aber haben vielleicht unterschiedliche Farbe. Aber sie sind aus erbärmlichem Plastik und richtig vorankomme ich auch nicht. Also vielleicht ist es nicht wahr, aber so in diese Richtung würde ich das sehen, tatsächlich. Das war jetzt keine Antwort von Ihren Fragen, glaube ich. Doch, doch, doch. Was mich vor allem interessiert, aus Sicht des Philosophen, Sie haben ein tolles Buch geschrieben. Eigentlich die Philosophie von Bildung und Erziehung. Und spannend ist, wie Sie den Tourhorizon machen, praktisch von Platon bis zu Hannah Arendt. Sie gehen über alle grossen menschheitsgeschichtlichen, philosophischen Dimensionen und erläutern anhand der Menschenbilder, warum dann in der Pädagogik und Erziehung welche normativen Grundsätze wirksam werden. Wer liest und kommt in diese Vorlesungen, also in den Erziehungswissenschaften? Das ist ja unglaublich komplex. Ja, und es könnte sein, dass das nicht so viele Leute zunächst interessiert. Das ist vielleicht bedauerlich. Ich mache diese Erfahrung zwar nicht, ich merke, dass viele Menschen, auch praktisch tätige Pädagogen, eigentlich an Bildungs- und Erziehungsphilosophischen Themen interessiert sind. Und ich glaube, das hängt mit der Güte mancher Werke zusammen. Also wenn man jetzt fragt, apropos Innovation und Erneuerung, diese sogenannte Trägheit der Bildung, die finde ich ja etwas ganz Positives im Grunde genommen. Und wenn wir jetzt wissen, vor 250 Jahren Jean-Jacques Rousseau. Und jetzt kann man sagen, warum lesen wir den noch? Und jetzt haben sie den Precht genannt und haben gesagt, der redet von einer Bildungskatastrophe. Ich finde eher, dass er ein Beispiel für die. Aber jetzt wollen wir mal schauen. Ich finde ihn wirklich diskutabel. Man muss anständig sein, ich weiß schon. Also es ist schwierig. Und jetzt haben wir den Precht. Der schreibt sein Buch, wie alle ihr Buch über Erziehung schreiben. Er kennt ja auch, er hat ja einen Sohn und dann noch drei Kinder, die er kennt. Und dann seine Schwester ist ja Lehrerin in Dänemark. Also er versteht auch was von der Schule. Und wenn wir jetzt den Precht haben, vor 250 Jahren haben wir Jean-Jacques Rousseau und vor zweieinhalbtausend Jahren haben wir Plato. Und jetzt, wenn wir mal überlegen, in 250 Jahren, wer wird noch da sein? Wer wird gelesen werden? Precht, Rousseau, Plato. Tja. Ja, klar. Also das ist Stabilität. Und jetzt, wenn man so etwas hat wie im Kontext des Staates, der Gerechtigkeit, nämlich in der Politeia, dieses, alle kennen das oder viele kennen das, dieses Höhlengleichnis. Und dieses Höhlengleichnis vermag immer wieder neu zu interessieren. Es ist ein faszinierendes Gleichnis. Und wenn man sich vor Augen führt, in der Mitte, und das ist kein Zufall bei Plato, das ist klar, das ist alles Architektur, das ganze Werk. In der Mitte kommt dieses Gleichnis und es handelt davon, dass Menschen in diesem Schatten leben, in dieser Kommunität und müssen, sie müssen nicht als Kollektiv rausgehen. Aber wenn sich ein Mensch bilden will, muss er dieses verlassen. Und er tut das nicht freiwillig. Man tut ihm den Kopf quasi umdrehen. Umdrehen, ja. Und es oben, wenn er die Sonne dann endlich erblickt, wird er halb erblindet. Da oben kann man nicht leben. Man muss wieder, das ist die ärgerliche Tatsache der Gesellschaft, man muss mit ihr leben. Man muss, er muss wieder runter. Und wehe, er erzählt, was er gesehen hat. Niemand glaubt ihn. So wenig glaubt man ihm, dass man denkt, er sei mit verdorbenen Augen zurückgekommen. Es stimmt ja auch, nach dieser ganzen Blendung kann er sich nicht mehr richtig orientieren. Daran merkt man es, dass er es gar nicht wissen kann. Und dann heißt es bei Sokrates, einen solchen Menschen würde man ja gewiss umbringen wollen. Und dann sagt Laukum, gewiss. Gewiss. Und das heißt, das Schöne daran, oder das Interessante daran, was faszinierend ist, Bildungsprozesse sind letztlich irgendwo einsame Prozesse. Und sie sind irreversible Prozesse. Man kann nicht mehr an diesen Schatten glauben, wenn man da draußen geworden ist. Und trotzdem muss man mit den Menschen leben. Und trotzdem sind diese Menschen eben wichtig. Aber man kann nicht Kollektive bilden, sondern jeder nur sich selbst. Und die Idee, dass Bildung eine Selbstbildung ist, dass man den Menschen nicht bilden kann, sondern nur er sich selber, ist eine alte Bildung. Und schauen wir uns die Lehrpläne und überhaupt die Pädagogiken an, da würde ich sagen, vergessen wir nicht diese alten, wichtigen Ideen. Deshalb würde ich sagen, das gibt eine große Aktualität. Sonst würde man den gar nicht mehr lesen wollen. Und wie, wenn sie selber diesen Tour d'Horizon machen? Also Idealismus, den Platonischen, dann über den Realismus von Aristoteles, dann hin zum Naturalismus in der Nähe von Rousseau, dann weiter in den Pragmatismus eines Dewey, dann am Ende jetzt sogar in die Postmoderne, irgendwo noch Anna Arendt. Sie selber könnten sich philosophisch irgendwo positionieren? Ist das eine Art Eklatizismus? Oder wo würden Sie sehen, dass Ihr Menschenbild heute sich fundiert? Ich glaube oder ich befürchte sehr stark in der Existenzphilosophie. Das ist das, was mich eigentlich schon immer interessiert hat. Oder wo ich merke, ich bin tatsächlich ein bisschen Arendt infiziert. Und immer, man will sich ja emanzipieren gegenüber solchen Figuren. Wie es im griechischen Mythos heißt, werft die Gebeine eurer Mutter hinter euch. Aber das ist ja auch nicht sehr schön. Und dann immer, wenn ich denke, was kann man dazu sagen? Und dann, was hat eigentlich Arendt dazu gesagt? Und dann merke ich, es ist einfach gut. Es ist einfach sogar sehr gut. Und da habe ich ein Problem. Und manchmal denke ich, es ist so gut, obwohl es falsch ist. Es ist trotzdem gut. Und das gefällt mir bei der Arendt sehr. Sagen Sie etwas von Herrn Arendt, weil man kennt sie gut in politischen Theorien. Was würden Sie sagen, in der Erziehungsposition, was ist der Kern Ihrer Aussagen? Sie hat, über Erziehung selber hat sie erstens nur einen wirklich expliziten Aufsatz geschrieben. Aus einem Vortrag 1958 aus Bremen, über die Krise der Erziehung. Und sie hat eigentlich dort, ich würde sagen, weil sie auch eben eine politische Theoretikerin ist, hat gut, also sie ist da wirklich eine Seismografin für die Probleme, die sich dann später ergeben haben. Nämlich, es sei, 1958, als ob die ältere Generation der Jüngeren nicht mehr zeigen wolle, wohin der Weg geht. Nicht mehr zeigen könne, vermeintlicherweise. Und du musst es selber wissen. Es ist dein Leben. Finde es selber heraus. Und diese scheinbar schöne Idee sei nichts anderes als letztlich die Verweigerung oder die Weigerung, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind es dann nicht gewesen, wenn es dir nicht gut geht. Das heißt, Pädagogik... Also das ist ja ein bisschen ein konservativer, aber schöner Ansatz, dass sie setzt auf die Vermittlung zwischen den Generationen, oder? So ist es. Ja, eben. Pädagogik, ich meine, Agogik heißt Führung. Und jetzt ist die Frage, was eigentlich das bedeutet. Und das sogenannte Neue, wenn ich das so pointiert sagen darf, das Neue kann man gar nicht lehren. Das ist nicht möglich. Die Neuen, das sind die Kinder. Oder die Immigranten. Kinder sind übrigens auch Immigranten. Sie sind Immigranten in der Kultur, in der Welt der Menschen. Und das heißt, sie übernehmen das, was da ist. Und es ist alles schon da. Die Werte sind da, die Sprache ist da, die Probleme sind da. Und Bildung heisst nicht, dass man Werte selber erfinden kann. Das ist alles nur Rhetorik. Bildung heisst, man setzt sich zu dem, was man erfahren hat, in ein Verhältnis. Aber im Grunde genommen hat man immer schon angefangen. Deshalb bei Ahren die Natalität. Der Anfang ist das Wichtige. Und der Anfang ist uns zugleich nicht verfügbar. Wir haben uns entweder schon interessiert, aber wir können nicht überlegen oder bewusst wählen, was uns jetzt zu interessieren hat. Und dass die Freiheit verbunden ist mit diesem Mangel an Souveränität. Dass wir nicht wissen können, wie wir durch eine Lektüre, durch einen Menschen, durch die Begegnung mit einer Kultur, wie wir, ob wir überhaupt uns verändern. Und dass wir das nicht steuern können. Das hat was mit Bildung zu tun und da ist die Hannah Arendt ganz stark in diesem Denken. Und wenn ich noch kurz, also ich bin nie kurz, also gut, wie ich meine. Ich würde sagen, das heisst, was wir heute haben, ist genau das Gegenteil. Man will wissen, wozu etwas gut ist. Das kann doch kein Mensch wissen. Und diese Frage, wozu ist das gut, das ist die... Also Pädagogen als Prognostiker wäre ja auch eine spezielle Dimension. Ja, natürlich. Aber immer fragen, wozu ist das gut. Und alle müssen heute mit Transfernutzen argumentieren. Das heisst, es ist gut für etwas anderes. Es bringt nichts, alles über Luzern zu wissen, es muss für etwas anderes gut sein. Das ist ja der Dreh, da war ich ein bisschen erstaunt, aber habe auch viel gelernt, wie Sie Dewey und den Pragmatismus, den amerikanischen, beschreiben. Ist ja nicht diese plumpe Variante zu sagen, man erzieht die Menschen, damit sie praktisch dann den höchstmöglichen Nutzen gesellschaftlicher geben. Es ist eine viel eigentlich humanistisch, selbstreflexive Art von Pragmatik, dass man einen Ort findet in der Welt, oder? Der Dewey war ja ein großer Kenner des deutschen Idealismus, Hegel und Kant. Und in der Tat, der John Dewey wurde auch, insbesondere sein großes Werk natürlich, Demokratie und Erziehung, 1916 rausgekommen, wurde nicht verstanden in Deutschland und abgelehnt, weil das ist eben eine athelologische Bildungstheorie. Man wusste nicht, welches Ziel soll hier erreicht werden und dass in der Bildung die Entwicklung das Ziel sei. Überhaupt. Der Bugs, der Prozess, das hat man lange nicht verstanden. Heute reden alle eigentlich ein bisschen so. Und deshalb gibt es einen Dewey-Hype und speziell, die Schweizer sind ja sowieso quasi die Amerikaner Europas, sehr pragmatisch. Bitte keine großen Argumente, sondern gleich, ja, nicht lange diskutieren, sondern abstimmen. Das ist auch schön. Aber es wäre ein plumper Pragmatismus. Ja, es ist ja ein vulgärer Pragmatismus. Und in der Tat, wenn man schaut, was heisst eine Idee haben oder eine nützliche Idee, ist nicht eine Idee, mit der man etwas in der Welt anfangen kann und einen anderen manipulieren kann, sondern eine nützliche Idee ist eine, die einen auf andere Ideen bringt. Ein nützlicher Unterschied, zum Beispiel ein analytischer Unterschied, ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Das ist diese Sichtweise und das ist eigentlich sehr sympathisch, aber verkannt, will ich sagen. Nun, wir haben gesagt, wir wollen zwar nicht jetzt den ganzen Kanon und die ganzen Themen der modernen Reform diskutieren, trotzdem ein paar Stichworte. Alle reden von Bologna. Jetzt ist es bald dann wohl zehn Jahre her. Große Erwartungen. Mittlerweile, wenn ich meiner Tochter gesagt habe, freu dich aufs Studium, sagt sie mir, ich weiss nicht, von was du geredet hast. Sie rennt nur noch ihren Leistungspunkten nach und muss eigentlich alles absolvieren, so schnell wie möglich. Wie sehen Sie das? Ist da ein Umdenken langsam ein bisschen im Anzug? Oder ein Rückdenken wieder? Ich glaube, das sind so Dinge, die einem passieren, die eigentlich niemand wirklich gewollt hat und die nicht gut sind. Und ich kenne niemanden, also keinen Kollegen oder Kollegen, die Bologna gut finden. Aber wenn man nichts anderes kennt, die Jüngeren, dann kennt man eben nichts anderes. und dann gibt es auch keine Melancholie. Und insofern kann man sagen, ich meine, und dann müsste man überlegen, wie schlimm ist es, die Effekte. Und dann heißt es immer Ökonomisierung. Und ich glaube, das ist eine sehr platte Diagnose. Das ist einfach mit Ökonomie. Und wo sind die bösen Ökonomen, die das irgendeine neue Ideen haben? Tatsächlich gibt es das. Aber ich will nur sagen, es könnte noch viel schlimmer kommen. Und solche Ideen gibt es, etwa von der Bettelsmann Stiftung, das ist ja sozusagen lange Zeit das heimliche Bildungsdirektorium der Deutschlands geworden. Erkeitsche der Bildung. Ja, oder so. Nämlich Teaching Points. Man kann nicht nur Credit Points, sondern Teaching Points. Und dann diese Faktorisierung, diese Ideen. Sport, ich meine, warum soll ein Sportlehrer, warum soll man 45 Minuten Sport gleichzählen wie 45 Minuten Deutsch? Ich meine, der zieht nur seine Turnhose an, wenn überhaupt. So. Und der andere muss dann korrigieren und so weiter. Das kann man doch nicht, deshalb muss es faktorisiert werden. Das wird ja auch getan. Und diese Ideen, die hauen ja nicht hin. Und jeder weiß es, aber sie haben einen großen Effekt. Und ich glaube, sie sind in Wirklichkeit nicht etwas Bösartiges, sondern ich glaube, es ist ein Demokratisierungseffekt. Es hat auch damit zu tun, dass die personalen Autoritäten nicht mehr sein sollen. Sie werden durch impersonale, unpersönliche Autoritäten ersetzt, für die niemand schuld ist. Das ist die Diktatur des Mannes, aller Heidegger. Niemand, das Mann hat sich immer schon davon gestohlen, wenn man es sucht. Könnte aber jetzt genau ein Punkt sein, wo Sie ja eine andere Position vertreten. Sie sind ja eigentlich jemand, der die Person des Lehrers wieder in gewisser Weise zu einer starken Figur auch machen möchte, oder? Ja, und zwar theoretisch. Es gab ja die Versuche, den Lehrer quasi abzuschaffen. Mit so, diese ganzen selbstorganisierten Lernprozesse. Man kann das selber machen, braucht keine Lehre mehr, Animation und fertig. Ja, eben. Man möchte nicht abhängig sein von einer Lehrperson. Sie sollte nicht zu stark sein. Man hat diese Angst. Das ist eine Elfete-Spezifische. Nein, nein, nein. Ich glaube, das hat auch mit diesem, eben, das meinte ich, das hat etwas mit Demokratisierung insofern zu tun, dass man das mit einer Emanzipation sozusagen verwechselt. Und ich sage nicht, in Wirklichkeit ist es ganz schlimm. Das glaube ich sowieso nie. Sondern da muss man zuerst die Wirklichkeit anschauen. Ich meine, das sind ja nur Behauptungen. Aber dass das Denken, dass man nicht mehr, dass es in der Schule heißt, also das Vokabular, dass man Lernangebote macht. Das ist nett, ein Angebot. Und dann Dinge, die man wirklich tun muss, die heißen dann Pflichtangebot. Man sagt, was heißt das eigentlich, wenn man sagt Pflichtangebot? Sie gehen in die Migros und dann heißt es Pflichtangebot. Das müssen Sie. Wenn Sie das nicht kaufen, kommen Sie hier nicht mehr raus. Da merkt man, ist das ein sinnvolles, ich meine, die Sprache, wie reden wir eigentlich? Das finde ich das Schlimme. Und zu glauben, dass es keinen Effekt hätte, das finde ich nicht gut. Wenn ich, vor zwei oder drei Jahren wurde ich da operiert, ich fühlte mich zum Beispiel wirklich nicht als Kunde, sondern als Patient. Und schauen Sie die Leute an, irgendwo in der Onkologie, so sehen Sie auch aus, als Patient, dass Sie keine Kunden, Sie sehen schlecht aus. Und man sollte, Sie müssen etwas erdulden, etwas ertragen. Und der Schüler ist kein Kunde, er ist ein Schüler, er ist ein Gehorcher, er muss zuhören. Ich komme auf die Punkte zurück, zwei Bemerkungen zu Lernplan 21, wollen sicher alle wissen. Und zwar nicht die 5.500 Seiten, aber zum Beispiel der Kompetenzbegriff. Viel diskutiert anstelle des Wissens, was hat es da an sich? Ja, das ist natürlich ein heißes Thema, das ist klar. Und ich, also, zum Glück sind meine Kollegen nicht da. Wir haben natürlich diese Diskussion, die, und man kann, es ist eigentlich eine sehr komplexe Diskussion. Und niemand kann gegen Kompetenzen sein, das ist mal sicher. Deshalb ist es sinnlos, gegen Kompetenzen zu sprechen, das ist mal einfach sinnlos. Deshalb ist die Frage, wovon sprechen wir eigentlich? Und was ich kritisch betrachten würde, wenn man vom Lehrplan 21 ist, nicht Kompetenzen, alle wollen Kompetenz, das ist klar. Ähnlich wie alle wollen selbstreguliertes Lernen, das ist doch klar. Ich kenne keine Pädagogik, die nicht das Ziel der Selbstregulation hat. Deshalb muss man fragen, wenn dieser Vokabel eingeführt wird, was bedeutet sie? Was wird verdeckt damit? Das ist die rhetorisch interessante Frage. Und wenn man sagt, Kompetenzorientierung, ist die Frage, warum muss jetzt alles als Kompetenz formuliert werden? Ist es überhaupt möglich, in unserem Leben das Wichtige, was wir erlernen, erwerben sollen, als Kompetenz zu beschreiben? Und natürlich jetzt nicht nur von der Philosophie herkommend, hören wir den Menschen zu. Manche Dinge haben viel mit Kompetenz zu tun, andere haben etwas mit Tugenden zu tun, mit Charakter, mit Stärke. Und diese beiden Sprachen, Tugendsprache, die Sprache der Kompetenz, manchmal fallen sie zusammen, manchmal nicht. Man kann Argumentationsdiskurskompetenz, ein kleines Beispiel. Man kann sagen, ja, der Reichenbach, normalerweise sind seine Argumente nicht so primitiv, aber das, was er heute geboten hat, ist unter seinem Niveau. Das heißt, er hat eigentlich die Kompetenz, aber das, was er gemacht hat heute, ist unter seinem Niveau. Das bedeutet, hier ist die Kompetenz, hier ist die Performance. Vielleicht war er gestresst, müde oder launig, deshalb ist es tiefer. Aber man kann nicht sagen, Reichenbach ist eigentlich ein ganz ehrlicher Kerl. Gut, die letzten drei Monate hat er mir etwa fünfmal angelogen, aber es ist ein ehrlicher Kerl. Das kann man nicht sagen. Das heißt, hier kommt es darauf an, ob man es tut oder nicht. Und das sind wichtige kleine Differenzen. Und wenn man jetzt sagt, Kompetenzen, das hat mit dem Vulgärpragmatismus zu tun. Mit Kompetenzen kann man etwas anfangen. Immer muss man etwas anfangen. Aber die Schule hat auch damit zu tun, sich für etwas zu interessieren. Mit etwas in Berührung zu kommen, womit man nichts anfangen kann. Und deshalb gefällt mir dieser wichtige Slogan von Hans Blumenberg, die Bildung ist kein Arsenal, sondern ein Horizont. Ich würde sagen, sie ist auch ein Arsenal, aber sie ist auch ein Horizont. Sie ist beides. Man braucht Kompetenz mit dem, was anfangen kann. Das würde doch niemand bestreiten. Aber mit einem Horizont kann man nichts anfangen. Und wem ist die Unterscheidung Verfügungswissen und Orientierungswissen? Den brauchen Sie auch. Ja, das gibt es bei Mittelstraß. Mittelstraß. Also das eine wäre das wirklich eher Pragmatische, dass man für eine bestimmte Sache die Lebensbewältigung, eigentlich die guten Wissenselemente zur Verfügung hat. Und die Orientierungs... Eben. Ja, was heißt Orientierung? Das Orientierungswissen, wenn man reines Verfügungswissen hat, das ist nämlich das, was sozusagen die Kompetenzen beschreiben. Ja, was will man mit denen anfangen? Ja, das, was du willst. Und Orientierungswissen heißt eben das historische, ethische, politische Wissen, wo man steht. Und für unser Leben, für unsere Identität ist nicht primär entscheidend, was wir können, sondern vielmehr, was wir wollen. Was wir für wichtig empfinden, was wir für schlecht empfinden. Wenn Sie wissen wollen, wer ist ein Mensch, müssen Sie nicht wissen, was kann er. Sondern Sie möchten wissen, was strebt er an? Wovon hat er Angst? Was möchte er vermeiden? Das heißt, seinen Wertehorizont verstehen. Und er oder sie, die sich dazu in ein Verhältnis setzen kann, das ist sozusagen die Orientierung. Und dieses Wissen ist nötig, um zu wissen, wer man ist. Nicht was man kann, sondern wer man ist. Und wenn Sie jetzt, wenn ich noch weiterreden darf, kurz, wenn wir uns vorstellen, so ein Mensch, der auf jeder Sozial- und Selbstkompetenz Top-Niveau hätte. Er wäre einfach ganz oben. Was könnten wir über diesen Menschen sagen? Meine Behauptung ist, nichts. Wenn wir jetzt wissen, Meier, dann wissen wir vieles, was er kann. Aber Meier kennt man erst, wenn er weiss, was er will und was er für Probleme hat. Und dann wissen wir, Meier ist so, das kannst du bei ihm nicht, aber das schon. Er hat vielleicht einen Knall, ist okay. Ein bisschen schief, hat Gott lieb. Verstehen Sie? Okay. Das ist das. Er hat eine Biografie. Jetzt kommen wir drauf, wer ist Reichenbach ein bisschen. Sie haben wunderbar in diesem neuen, ich glaube, es ist das letzte Buch, schon der Titel ist ja sehr provokativ. Eigentlich das, was wir alle hinter uns haben wollten, für die Schule lernen wir. Und alle sagen, was lernen wir für die Schule, nicht fürs Leben. Und dann unten, sehr schön, Plädoyer für eine gewöhnliche Institution. Also, zwei wunderbare Provokationen. Die gewöhnliche Institution, es wird alles so unglaublich in einen Hype verdreht. Es muss alles so extrem, expertenmässig, total auf alle Seiten hin austariert sein. Hochkomplex. Und vielleicht ist eigentlich eine gute Schule etwas relativ Gewöhnliches. Das glaube ich auch. Das heißt, man hat ein bombastisches Vokabular in sehr vielen Belangen. Das ist heute, auch mit den Anglizismen, wenn es heißt, ein Master in Holzbautechnik. Ich meine, ist okay. Ich meine, hat man eben einen Mehrwertsteuerwesen. Das ist, ich glaube, das ist, oder in Art Performance. Ist ja egal. Aber das heißt, es gibt ein Bedürfnis oder eine Notwendigkeit, eine bestimmte Form von Kitsch zu produzieren. Das ist nämlich nicht die schmalzige, sondern es ist der schwulstige Kitsch. Das heißt, man bauscht etwas auf und eigentlich ist es relativ banal. Und das kann auch so aussehen in der Schule. Dann heißt es, wir machen Werkstattunterricht. Dann haben wir so eine Werkstatt, dann nennt man so Handwerker. Man sieht so, ja, das ist eine Werkstatt, das ist doch toll, eine Werkstatt. Und dann sieht man, es sind irgendwie so mickrige Kartons mit irgendwelchen Papierzetteln drin, die schon 15 Mal gebraucht worden sind. Und das ist die Werkstatt. Und wo ist die Werkstatt hier? Das heißt dann Werkstattunterricht. Ich meine, das ist doch eine abwegige, deviante Sprache. Und so sollten wir nicht reden, glaube ich. Schöne Begriffe, die Sie dann wiederum brauchen, wenn Sie eigentlich relativ stark die Personalität des Lehrers wieder betonen. Sie reden von der Bedeutung des Kollektivs, Klasse als Kollektiv. Dass man lernt, in einem Kollektiv zu lernen. Zum Beispiel die ganze Zivilität kann man lernen in der Schule. Also sich vorbereiten auf die Fähigkeit, in einer Gesellschaft überhaupt eine Rolle zu übernehmen. Dann der Gemeinsinn. Das sind drei eigentlich sehr traditionelle, aber spannende Begriffe. Auch Deutsch, wieder einmal normales Deutsch. Ja, eben. Aber wenn wir jetzt haben, das zum Beispiel das Lernen im Kollektiv. Wenn Sie schauen, die Pädagogik kennen oder Didaktik kennen, meistens hat man das Kind, der Schüler, der Lerner, das Hirn. Immer im Singular. Reformpädagogisch gibt es natürlich auch die Bedeutung der Gemeinschaft, der Klasse usw. Und beides hat seine Stärken und Schwächen, will ich sagen. Aber das Lernen im Kollektiv heißt nicht, dass man das Kollektiv irgendwie lieben muss und sich total damit identifizieren muss. Aber es hat eine Bedeutung, ob wir gemeinsam auf eine Sache gerichtet sind. Und wenn wir gemeinsam auf eine Sache gerichtet sind, sehen wir, und das ist auch wieder Hannah Arendt, erst dann werden wir weltlich. Wir wollen nämlich auch gesehen werden. Was hören kann, will gehört werden. Was sehen kann, will gesehen werden. Was berühren kann, will sich berühren lassen. Dann haben wir das Gefühl, dass wir etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben. Und das ist sehr basal und es ist demokratisch sehr bedeutsam. Weil hier gemeinsam auf eine Sache, und es ist primär, also zunächst mal egal, ob die jetzt motiviert sind oder nicht, wenn es um die binomischen Formen geht, aber hier gibt es Gründe. Und diese zählen. Es gibt eine Form von Objektivität, die zählt. Das heißt, die Lehrperson kann nicht sagen, zwei und zwei ist fünf, weil ich der Lehr bin. Kann sie nicht sagen. Zu Hause sagen das in Wirklichkeit die Eltern down. Die Argumentationsintegrität, da muss ich leider auch von mir sprechen, bricht down zusammen. Zuerst sagt man, komm, wir müssen da etwas miteinander besprechen, und am Schluss heißt es, weil ich dein Vater bin. Das heißt, zuerst tut man diskursiv, und am Schluss ist es die Macht. Das geht nicht in der Schule. Das ist auch schnell demaskiert. Das heißt aber, es gibt ein anti-indoktrinäres Strukturelement in der Schule. Und das kann man nur, wenn man gemeinsam an einer Sache ist. Wenn die anderen auch sehen. Und wie, Sie haben ja dann auf der anderen Seite eine relativ kritische Haltung gegenüber einer falsch verstandenen Partizipation. Sie sagen kollektiv ja, aber nicht eine, auch demokratisch waren Sie teilweise, dass man den Einzelnen nicht, bevor er eigentlich seine eigene Verortung kennt, schon irgendwie auf eine politische Partizipation hin lenkt. Was ist genau der Kern? Die Frage ist, Partizipation ist auch wieder so ein Gottesdienstbegriff. Partizipation finden alle gut. Aber das heisst überhaupt nichts. Ich meine, in der Hitlerjugend haben auch alle partizipiert. Das heisst überhaupt nichts. Es heisst nur etwas, wenn zu den Partizipationsrechten Distanzierungsrechte gehören. Man möchte dazugehören. Vielleicht möchte man auch mitbestimmen können. Man muss lernen, mitzubestimmen. Aber wenn man nur mitmachen muss, dann haben wir ein Problem. Und natürlich leben wir, vor allem, wie der Michael Walter sagt, in unfreiwilligen Assoziationen. Und deshalb, die Distanzierungsrechte sind nicht einfach da. Aber es gibt diese Ambivalenz. Und dass Partizipation primär politisch verstanden wird, ist sowieso ein Problem. Und dass sie primär gut sein soll, ist ein echtes Problem. Und das führt eigentlich zur Frage, das ist demokratietheoretisch interessant, die ganze Geschichte der Demokratie, der gute Ruf dieser Staats- und Lebensform ist sehr jung. Und es ist, die Argumente oder die Kritik gegen die Demokratie, die muss man auch ernst nehmen. Und es gibt einen ganz interessanten italienischen Demokratietheoretiker, Giovanni Sartori, der in seinem Buch zu Demokratie, heisst Demokratietheorie, schön geschrieben hat, von den Bedingungen der Demokratie wird schnell übersehen, dass falsche Vorstellungen von ihr sie auf eine falsche Bahn bringen. Und ich glaube deshalb, überall dort, wo Gottesdienst ist, ist etwas nicht in Ordnung. Ganzheitlichkeit, sozial, nachhaltig, wenn alle nur mit dem Kopf nicken können. Und was ist andererseits, das geht ja wieder ein bisschen in die andere Richtung, Sie legen Wert auf die Dimension des Anstandes auf. Ja. Spannend, was sehr unpopulär sein könnte. Ja, Anstand, Anstand ist Abstand. Anstand heisst, man muss nicht immer sagen, was man denkt. Anstand heisst, überlegen, wie weit die Authentizität gehen soll. Das Höfliche kommt aus dem höfischen Leben. Und natürlich ist in der modernen Aufklärung, hat man eine Abneigung erhalten. Man findet Moral wichtiger als bloße Konvention. Aber wir alle wissen, wenn die Konventionen nicht eingehalten werden, das ist gar nicht gut. Und ein früherer Aufklärer im Halle, nämlich der Thomasius, der hat von der mittleren Güte und von dem mittleren Übel gesprochen. Das heisst, die Sitte, im Unterschied zur Moral, die Sitte, die bloße Sitte oder Konvention, kann nicht das wirklich Gute befördern, aber das mittlere Gute. Und sie kann nicht das wirklich Schlechte verhindern, aber das mittlere Schlechte. Das heisst, im Alltag ist genau das wichtig. Weil im Alltag geht es nicht um das Gute und das Wahre, sondern es geht einfach um das normale Leben. Und das muss man auch üben. Zwei auch wunderschöne Begriffe hier reden davon, dass eigentlich im Spiel zwischen Lehrer und Schüler sehr oft die Ebene der Täuschung und des Tausches spielt. Auch schön dieses Wortspiel Tausch und Täuschung. Das ist ein Spiel, auch eine gewisse Mimesis, also ein schauspielerisches Element. Was meinen Sie damit genau? Es ist einerseits ein schauspielerisches, aber nicht nur. Das heisst, ich würde sagen, es hat große Konsequenzen. Privilegierte Kinder können das Spiel spielen, wenige Privilegierte nicht. Und Tausch und Täuschung hängen wie zusammen. Wenn ich erwarte, die Schule bringt mir was, der Schein bringt mir was, am Schluss werde ich aufs Gymnasium oder werde ein Beruf erlernen können, dann bin ich bereit zu investieren. Wenn ich das nicht glauben kann, wenn die ältere Generation der Jüngeren nicht glaubhaft attraktive, individuell attraktive Zukunft versprechen kann, hat sie ein Problem. Das heisst, Austausch theoretisch muss hier das stimmen. Man muss, die Belohnungsmacht ist die wichtigste Macht, sicher nicht die Bestrafungsmacht, etwas in Aussicht stellen können. Das ist die große Aufgabe der älteren Generation. Und deshalb ist die, offene Zukunft und so weiter, das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Man muss schon ein bisschen wissen, in welche Richtung man gehen könnte. Und die privilegiert sein bedeutet, berechtigt oder nicht, eine Erwartung haben, dass es gut kommt, dass das Tauschgeschäft stimmt. Und wenn ich das erwarte, und ich interessiere mich nicht für Mathematik, dann werde ich nicht so dumm sein und dem Lehrer dauernd zeigen, dass ich keinen Bock habe, Mathematik zu machen. Wenn ich aber nichts erwarte von dieser Gesellschaft, berechtigt oder nicht, dann habe ich ein Problem. Sie erinnern sich, wenn wir dann über die Montlieu in Paris sprechen würden, oder zum Beispiel so einzelne Phänomene wie vor ein paar Jahren in Neukölln, diese Rüttlichschule, pädagogische Bankrott, Sie haben vorher von implodieren, ist vielleicht besser als explodieren, aber es ist trotzdem ein echtes Problem. Und wenn man die Jugendlichen dort gehört hat, die haben eigentlich genau gesagt, es rentiert sich nicht, wir haben gar nichts zu tauschen, es kommt nichts. Warum etwas investieren, wenn wir am Schluss in dieser Gesellschaft da in Kreuzberg sowieso als Immigranten keine Chance haben. Das heißt, motiviert zu sein, dass man ein bisschen täuscht, das wusste schon Kant, ist nicht so schlecht. Warum Kant? Der hat die Idee wahrscheinlich von Aristoteles, Sie sagen Mimesis, Imitatio. Wie wird man mutig, wenn man es nicht ist? Wie wird man tugendhaft? Das war die Frage. Und Aristoteles' Antwort ist, indem man so tut, und das war keine andere Möglichkeit. Und Sie reden ja von der Wechselseitigkeit und da erinnert man sich selber gut an die eigene Schule. Man kannte mit der Zeit die Marotten des Lehrers auch und man wusste ja auch, wie man sich verhalten muss, damit man bei ihm einigermassen ins Spiel kommt. Und das ist ja ein kreativer Prozess. Absolut. Es ist nicht einfach ein gegenseitiges Betrügen, sondern es ist ein Spiel, was in der Gesellschaft auch funktioniert. Die ganzen Bewerbungsverfahren sind ja auch ein Stück weit Täuschung und ein Tausch. Man spielt ein bisschen mehr, ein bisschen Hochstapel. Wenn mich die Mathematik nicht interessiert, aber wenn ich wenigstens fähig bin, so zu tun, als ob, dann ist die Chance da, dass ich Mathematik lerne. Wenn ich nicht so tue. Also den Habitus. Ja, das Habitus. Und deshalb ist die Authentizität ein wichtiger Wert, das ist klar in der Moderne. Aber das kann nicht das Kriterium sein, wie man institutionelle Erziehung quasi kritisch betrachtet. Das geht nicht. Weil es genau eben unfreiwillige Assoziationen sind. Das ist wichtig. Deshalb tun wir so. Und dieses als ob, als if, von Weihinger gibt es ja die ganze Philosophie, das als ob, das ist nicht so negativ. Und im Wort der Täuschung stören sich halt viele. Das ist sehr protestantisch, dass man sich daran stört. Als Katholik stört man sich weniger. Ich bin Protestant. Ich meine, ich muss mit meinen Sünden leben, ich kann die nie abbauen. Ich meine, als Katholik haben Sie noch das Fegfeuer. Ich meine, selbst als Sünder haben Sie noch eine Chance nach dem Tod. Und wir Protestanten, wir sind natürlich... Ich frage Sie jetzt nicht, ob die Transsubstantiation eine Täuschung sei. Das verstehe ich theologisch sowieso nicht. Gut. Ein Punkt, der auch sehr spannend ist, bei Ihnen, in aller Leute im Mund, ist im Moment, wenn man über die Welt redet, wenn man über den Bedarf an neuen Dimensionen in der Gesellschaft, da redet man von Ganzheitlichkeit. Sie sind da ein Stück weit skeptisch. Also Sie sagen, natürlich, eigentlich ist es selbstverständlich, aber das Zelebrieren einer pädagogischen Ganzheitlichkeit, warum ist da Ihre Skepsis? Ja, sicher nicht, weil man gegen das Motiv ist. Da müssen wir jeweils genau schauen, was gemeint ist. Und dann merkt man aber, dass offenbar jene, die ganzheitlich sagen, häufig nicht wissen, was sie meinen. Ich weiß noch von einer Lizenzialarbeit, die ist 1996 geschrieben worden, in Fribourg. Da hat sich der Kandidat die Mühe gegeben, Ganzheitlichkeit in den Schweizer Lehrplänen, Deutsch-Schweizer Lehrplänen anzuschauen. Und es gibt Kantone, da sind die Kinder schon ganz, wenn sie in die Schule kommen, an einem anderen Kanton müssen sie erst ganz werden. Es ist ganz interessant, sie werden ganzheitlich beurteilt. Und ich will jetzt nur sagen, dieses scheinbar positive Vokabel, die Ganzheit, plötzlich heißt es ganzheitlich beurteilen. Was heißt denn ganzheitlich beurteilen? Dann heißt es zum Beispiel auch die Selbst- und Sozialkompetenz. Ah ja, jetzt können wir das auch noch. Das ist problematisch. Ich möchte zum Beispiel lieber die Empfehlungen für den Übertritt nicht erhalten, weil ich einfach keine gute Mathematik und französische Leistungen habe, als dass die noch etwas über meine Kompetenzen, meine Selbst- und Sozialkompetenzen sagen. Und wie hieß es früher? Früher hieß es betragen. Oder braucht noch seine Finger zum Zähnen. Das ist doch wunderbar. Das ist quasi beschreibbar. Aber nicht bitte nicht so tun, als ob ihr mich kennen würdet. Das ist unethisch, würde ich sagen. Und ich glaube, die Lehrpersonen werden zum Teil aufgefordert, Dinge zu tun, die sie in Wirklichkeit gar nicht beurteilen können. Genau gleich wie überall, wenn sie sich irgendwo bewerben, dann mit diesen Assessment-Tests. Das ist doch einfach Unfug zum größten Teil. Da könnten wir darüber diskutieren. Ich sage es jetzt so salopp. Da heißt es ja, der redet einfach irgendwie. Dann möchte ich mal schauen. Nehmen wir irgendeine soziale Kompetenz, zum Beispiel das Verhandeln oder das Emotionsverstehen oder irgendein prosozialer Akt. Und dann, was wissen wir wissenschaftlich darüber? Wie kann man das erfassen? Kann man es mit einem Assessment-Erfahren erfassen? Und dann merkt man plötzlich, kompliziert, schwierig, schwierig. Und dann könnte man endlich wieder ein bisschen bescheiden sein und weniger so tun, als ob man wüsste, sondern das hinterfragen. Und das sind wir wieder beim altesten Bildungsideal des Abendlandes. Aber die Frage doch, eine Zeit lang hat man quasi gesagt, die Schulen sind ein Schonraum gegenüber allen Bereichen, wo heute Qualitätskontrollen gemacht waren. Das ist der einzige Ort, wo eigentlich Lehrer noch und Schüler in einem völlig autonomen Raum ihre Ideen leben können. Tönt gut, ist ja auch gut. Aber mehr und mehr kommen ja jetzt auch die Bewertungen der Lehrer. Aber das bleibt dann bei den Lehren. Teilweise müssen ja auch zum Beispiel die Schulleitungen beurteilt werden können. Das ist ja das Zentrale, dass diese Einheiten, Lehrer, Schüler, Schule als Ganzes, eine Dynamik entwickeln, die auch stimmt, dass man sich gegenseitig stützt. Also ich höre da unterschiedliche Motive oder Momente oder kritische Punkte, die man diskutieren könnte. Das eine ist, was kann man bewerten und welche Praxis ist dahinter oder welche Ansprüche. Wie valide sind eigentlich diese Urteile? Dann haben Sie jetzt die Lehrperson genannt. Sie haben suggeriert, dass die Lehrer bisher eigentlich machen konnten, was sie wollten. Das würde ich bestreiten. Das trifft sicher nicht zu. Und dann haben Sie die Schulleitungen genannt, die in der Schweiz ja relativ neu sind. Das sind ja alles unterschiedliche Aspekte. Ich weiß jetzt nicht, was wir da herauspicken wollen. Also ich kann es ein bisschen erläutern, wenn der Neurowissenschaftler Joachim Bauer sagt, man redet zu wenig über das kompakte System einer Schule. weil ein Lehrer braucht auch den Austausch, ein Stück weit das Monitoring durch eigene Kollegen, das Gespräch, dass man zu sehr auf Einzelkampf lange Zeit getrimmt war. Jeder hat sein Ding und macht sein Ding. Und dass darum eben diese Schulleitungen auch so zentral werden, dass eigentlich diese innere Kommunikation spielt, dass auch dieser Austausch eine Dimension ist, die funktioniert, dass man die Systeme besser versteht, auch die Schüler letztlich besser wissen, in was für einem System sie unterwegs sind. Also ich glaube, das ist sicher unbestritten, dass die Kommunikation im Lehrerzimmer eine sehr große Bedeutung hat, weil es man auch aus der vergleichenden Schulqualitätsforschung, man sollte am gleichen Strick ziehen, man natürlich soll das ausgehandelt werden können. Die Motive für die Schulleitungen, das hat natürlich jetzt andere Motive. Die Zeit ist jetzt anders, vor 20 Jahren war es quasi von unten, wurde die Reform, und heute ist es von oben. Ich sage übrigens nicht, dass es schlecht ist, weil es von oben kommt, das würde ich niemals sagen. Und interessant ist jetzt bei den Schulleitungen, die müssen sich jetzt neu verstehen. Und was sind die Aufgaben? Und ich glaube, das sind hier neue Aufgaben, die interessant sind, nämlich wie man sie versteht. Und ich könnte mir vorstellen, das ist die Erfahrung, die ich mache, was ich so höre, dass viele Schulleitungen vielleicht ein bisschen zu aktiv sind. Das heißt, Inaktivität ist eine ganz wichtige Führungsstrategie. Auch als Eltern, eben überhaupt in der Führung. Das heißt, das heißt nicht einfach nichts tun, sondern das heißt, sich nicht dauernd einmischen. Die Dinge, wenn sie funktionieren, ein bisschen lassen. Vor ein paar Monaten haben wir so einen Fall über einen erfolgreichen Medizinprofessor in Zürich diskutiert. Der war sehr erfolgreich, hat Lehrbücher geschrieben, alle wussten, er hat sie nicht geschrieben, sondern seine Leute. Er hat Projekte gehabt, alle wussten, andere haben es gemacht. Viele Doktoranden. Gibt es überhaupt Professoren, die selber schreiben? Ja. Und, also quasi erfolgreich. Und dann, aber die Leute haben sich doch gefragt, was macht er eigentlich? Und dann ist er gestorben und dann ist alles zusammengebrochen. Und es zeigte, es ist wie quasi drumherum und er ist der ruhende Pol. Er mischt sich nicht ein. Und ich glaube heute, wenn man nicht weiß, was machen wir als Schulleitung, dann macht man mal irgendein Formular. Das finde ich nicht gut. Und so kommt es ein bisschen. Also würden Sie, ich meine, das hört man sehr viel, Lehrer sind auch am Pegel, weil sie immer mehr Erziehungsfunktionen gesellschaftlicher Art übernehmen. Die Eltern haben Erwartungen, dass das, was sie nicht leisten können, weil beide vermutlich streng und heftig auch im Beruf gefordert sind. Dann auch die dauernden Ältergespräche, die Qualifikation der Schüler, dann auch diese Rapporte, die ganzen Bewältigungen dieses Administrativen. Ist das ein subjektives Gefühl heute oder ist es objektiv so, dass viel mehr an Administration anfällt für Lehrer? Ich glaube, die Kritik oder der Vorwurf, dass da viel Bürokratie, Administration, ich glaube, das ist ein Irrtum. Ich glaube, da wird auch geklagt, es könnte erstens, es könnte viel schlimmer sein. Das ist wichtig, es könnte viel schlimmer sein, wenn man das mit anderen Berufen und so weiter vergleicht. Aber das Unbehagen, was ausgedrückt wird, ist ein sehr wichtiges. Und ich glaube, eines der Grundprobleme ist die gesellschaftliche Anerkennung der Lehrpersonen. Und die gesellschaftliche Anerkennung der Institution, Schule und der Lehrperson hängen zusammen. Das heißt, die Gratiskraft der Legitimation der Lehrpersonen und ihres Tuns ist durch die Anerkennung der Schule. Und das ist natürlich in anderen Orten, ich kenne ein bisschen den Fall Südkorea zum Beispiel ganz anders. Das heißt, die Anerkennung der Lehrpersonen ist sehr viel größer. Und wenn man sagt, er spricht wie ein Lehrer in Südkorea, dann meint man nicht, er spricht wie ein Lehrer, wie man es hier sagen würde. Er spricht wie ein Lehrer, typisch Lehrer. Das ist eine Ehrebietung eigentlich. Absolut. Ja, man sagt, er meint, er spricht wie ein Lehrer, das heißt, man kann von ihm lernen. Man muss kein Lehrer sein, aber wenn man von jemandem etwas lernen kann, dann kann man sagen, er spricht wie ein Lehrer. Und ich meine, es gibt von der UNESCO diesen World Teachers Day, der die deutschsprachigen Länder, viele europäische Länder ja nicht mitmacht. In Südkorea wird das am 15. Mai ist dieser Tag des Lehrers, an anderen Orten ist er an anderen offiziell um 22, schon damals Oktober. Und dort wird erwartet, bis man etwa 40, 45-Jährig ist, dass man zu der Lehrperson, die im Rückblick die wichtigste oder eine wichtige prägende Figur war, das kann Kindergärtnerin sein, das kann Hochschulprofessist sein, dass man am 15. Mai mit dieser Person Kontakt aufnimmt und ihr ein kleines Präsent übergibt. Und ja, können Sie sich vorstellen, und interessant ist jetzt, 2012 habe ich das in den Korean Times gelesen, wurde als schwierig betrachtet, dass nur 37% das tatsächlich tun. Wenn Sie sich vorstellen, 37% bis 40, bis 40, 45-Jährigen und dann die anderen, die Befragten und die gesagt haben, nee, machen wir nicht. Die würden nicht sagen, ja, weil uns die Lehrer egal sind oder das ist altertümlich oder so, sondern nein, ich bin noch nicht bereit oder es geht dieses Jahr leider wirklich nicht. das heißt, das ist eine hohe Loyalität gegenüber der Lehrperson und die kann natürlich auch zu groß sein. Das heißt, wenn früher, vielleicht vor 50 Jahren, man wurde geschlagen vom Lehrer, kann man nach Hause noch einmal. Das ist übertriebene, unkritische Loyalität und heute würde ich sagen, ist ein bisschen vielleicht das Gegenteil. Das heißt, geht es einem Kind nicht gut, wird es gleich gestützt. Wer kann etwas tun, dass man die Lehrperson wieder stärker auch gesellschaftlich stützt? Ist das in den Schulen selbst ein Problem? Sind es die Post-68er, diese ganze anti-autoritäre Geschichte? Was ist es eigentlich genau? Es gibt ja einen John Hattin, oder wie heisst der, der Neuseeländer, der jetzt massiv eigentlich wieder die Person, das personalisierte Wesen in den Vordergrund setzt? Ja, also das eine ist, ob es das überhaupt jetzt wieder zutrifft. Wir haben vorher gefragt, wie sind objektive Daten? Ich will nur ein kleines Datum sagen. Im Kanton Zürich ist der Hauptgrund, warum die Grundschullehrerinnen frühzeitig ihren Beruf haben. Der wichtigste genannte Grund sind die Eltern. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt ja nicht, dass es schlimm ist im Kanton Zürich und so weiter. Aber das ist schon ein bisschen bedenklich. Und was ich sagen wollte ist, und das erfahre ich immer wieder, es gibt eine schleichende Illoyalität der Eltern. Sie meinen, sie würden das Kind unterstützen, indem sie sagen, ah, die binomischen Frauen, das bringt dir überhaupt nichts, aber mach's. Mussten wir auch, bringt nichts. Das heißt, man sagt eigentlich dem Kind, das was du tust, ist sinnlos, aber mach's. Und das ist nicht gut. Das heißt, die Kultur des Wissens, dass man etwas weiter tradiert. Vor 50, 60 Jahren wusste man vielleicht, schildere es Glocke, alle müssen schildere es Glocke, der Lehrer konnte das vielleicht nicht wahnsinnig gut interpretieren, musste er auch nicht, hat er auch nicht gemacht, gemacht, aber alle haben einfach schildere es Glocke gemacht, niemand hat gewusst, warum. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es heißt, hier ist eine Gratiskraft noch vorhanden. Oder wenn früher in der Messe, das finde ich, wenn die auf Lateinisch gehalten worden ist und niemand hat was verstanden, das nenne ich pädagogisch. Das ist großartig. Was wir unbedingt sicher auch ansprechen wollen, kurz, unter dem Begriff der Ganzheitlichkeit sind ja die alternativen pädagogischen Modelle, reformpädagogischen Modelle immer wieder im Gespräch, lange Zeit vor allem die Steiner Schule, dann natürlich auch immer mehr Montessori. Was ist Ihre Position zu zum Beispiel Montessori? Weil, ich habe gerade am letzten Wochenende wunderbar gelesen, da vom Wirtschaftsprofessor Eric Brian Jolfson vom MIT, er sagt, alle der Gründer von Microsoft, Bill Gates, Amazon Gründer Jeff Betzen, Wikipedia Gründer Jimmy Walls, Zuckerberg von Facebook, Google Gründer Larry Page, alle Montessori-Schüler. Also das heisst, offenbar haben die irgendetwas in Sachen Kreativität und Innovation verstanden, was andere nicht verstanden haben. Ja, das ist interessant, dass man plötzlich so aus Holz und Natur am Schluss im digitalen Bereich erfolgreich ist. Also, kleiner Witz gewesen, was ich sagen wollte. Also übrigens, ist ja genauso, diese Kollegen, alle diese, sind ja eine Mischung von Hippies und Kapitalisten. Das ist genau der Punkt zwischen Holz und Genau. Ich würde mal so sagen, diese wichtigen Reformschulen, Reformbewegungen, die es immer noch gibt, das hätte ich mal eine Zeit lang kritischer gesehen als jetzt. Und jetzt würde ich, erstens gibt es ja nur wenige Privatschulen und die Staatsschule hat enorm profitiert wie von diesen Reformschulen, von der Reformpädagogik, das ist gar keine Frage. Insofern, über die Reformpädagogik kann man so nicht reden. Und natürlich kann man auch sehr kritisch reden. Wenn man schaut, eben die Natur, die Arbeit, der gesunde Körper, die Kunst und so weiter, wenn man dann schaut, welche Kunst, dann merkt man, es ist anti-urban, anti-modern, man muss auch noch gesund sein und so weiter. Das heißt, es ist zur gleichen Zeit entstanden wie der Faschismus. 10er, 15er Jahre. Ja, ja, eben. Das heißt, und zu glauben, dass es hier keine Parallelen gäbe, dieser Purismus, aber niemals würde ich sagen, natürlich, die Montessori und der Faschismus ist ein Thema. Und da war sie, sie hat vielleicht auch ein bisschen profitiert. Ähnlich wie Peter Petersen. Das sind auch die Geschichten, die man dann nicht aufarbeitet, wo man sagen muss, so unschuldig sind die erstens nicht. Aber das ist jetzt egal. Was man heute, ich würde heute sagen, ist es ganz sicher, dass die großartige Arbeit machen in Montessori-Schulen und Kindergärten, was ich weiß. Und die Frage ist doch, wie kann man das erklären? In Münster, ich war ja sechs Jahre in Münster Professor und dort gibt es ein internationales Montessori-Zentrum und alle wollten immer über Montessori sich prüfen lassen. Das war zum Teil wirklich mühsam, weil es sehr viele Leute, und dann habe ich gemerkt, wenn die zur Besprechung kommen, was sie für ein Thema machen, da habe ich mit Zeit gelernt, ich muss fragen, was haben sie denn gelesen von der Montessori? Ja, ich habe von dem und das und wir haben das in diesem Bereich, aber von der Montessori selber, was haben sie gelesen? Und dann, ja, direkt jetzt Montessori nicht. Und dann habe ich zum Glück immer gesagt, okay, dann lesen Sie das. Nur die letzten eineinhalb Seiten von Kindern sind anders, war das kleine Kind verglichen mit dem der Schüler, mit dem Jesus, der da in der Holzbank wieder ans Holz, ans Kreuz letztlich genagelt und Dornkrone ins kleine Kind mit dem Messias. Es trieft nur von Kitsch. Und diese Mischung von Religiosität und Biologie, das ist eine explosive Mischung, die ganz interessant ist. Wissenschaftlich ist das sowieso unhaltbar, aber es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, und zwar deswegen, weil die Pädagogik ist meines Erachtens aus heutiger Sicht, würde ich sagen, also jetzt aus meiner Sicht, ich sage nicht heutiger Sicht, wirklich schwierig. Aber offenbar ist die Praxis eine sehr gute. Und die Erklärung und die Frage, die Prüfungsfrage... Ja, was ist die Erklärung? Die Prüfungsfrage war dann eben... Ist ja eigentlich entscheidend, oder? Ja, die Prüfungsfrage war, die wir dann immer gestellt haben, war immer, warum sind die Montessori-Schulen so gut? Trotz oder wegen der Montessori-Pädagogik? Trotz oder wegen? Meine Antwort ist trotz. Trotz beziehungsweise beides. Wenn man in eine Privatschule... Das ist vielleicht ein kompetitives Feld, oder? Ja, es bedeutet, wer an einer Montessori-Schule unterrichtet, das ist ein voller Blutmensch. Der will unterrichten. Leidenschaft. Ja, die sind motiviert. Und da haben sie gute motivierte Leute, die eine bestimmte Mission haben. Und ich glaube, das gibt Struktur, das gibt Ernsthaftigkeit, die Schüler merken das, sie werden ernst genommen, die Lehrpersonen wollen etwas, sie haben Maßstäbe, sie haben eine Theorie, Ideologie dahinter und sie machen es gut. Das ist nicht schlecht. Das heißt, das hat schon seine Wirkung und deshalb würde ich das nicht so, einfach nur kritisch. Wo lernt denn, das wäre das Entscheidende, wo lernt der junge Mensch diese Leidenschaft entwickeln? Weil das ist es wohl wirklich. Jeder Mensch von uns hat eine Biografie, die alles an Lehrpersonen entlang gedacht und erlebt ist. Also wenn man an irgendein Fach denkt, scheint ein Gesicht auf. Ich sehe noch heute einen Lehrer, der mir immer sagen wollte, ich solle zeichnen und Kunst machen. Ich habe es nicht gemacht. Der kommt mir heute noch in den Sinn. Die gemeinsamen Fehler. Ich sollte Grafik machen. Stehen Sie? Aber es ist doch verrückt. Schaut man ein Curriculum Vitae an, all die Schulen werden aufgelistet und sofort denkt man an konkrete Menschen. Das waren eigentlich die wichtigsten Personen. Wo lernt in der Erziehungswissenschaft der junge Student diese Empathie, diese, ja auch, wie wir gesagt haben, Mimesis, diese Dynamik, diese Lust am Menschen, die Liebe am Menschen auch kennen. Ja, ich glaube leider, ich möchte eigentlich niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, wir sind irgendwo ein bisschen in einer leidenschaftslosen Situation hier. Das betrifft sicher nicht nur die Pädagogik. Und ich sage dabei nicht, dass die Leidenschaft einfach nur eine gute Sache sei. Die ist auch selbstgerecht und unsensibel und vieles. Aber wenn man so ein bestimmtes Spektrum hat von unterschiedlichen Menschen, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wo diese Sach- und Weltbezogenheit und diese Freude wichtig ist, das Fragen, man kann nicht eine Leidenschaft für etwas entwickeln, was einen nicht wirklich irgendwie bewegt, was irgendwie eine Frage, die man eigentlich gar nicht beantworten kann. Was selber vielleicht ein Bildungskriterium ist, diese Wachheit für letzte Fragen oder irgendwelche Fragen. Und ich glaube, das ist schon sehr bedeutsam. Ich sage dem immer, das sei der Hans-A. Traber-Effekt. Wer den noch kennt, oder? Ja, der hatte seine Hornbrille und damals gab es ja nur Schwarz-Weiss oder wir hatten jedenfalls ein Schwarz-Weiss-Fernsehen. Es gab vielleicht, jedenfalls gab es nur drei Fernsehprogramme, also das heißt, Deutschschweiz, Romand und den Tessiner. Das heißt, es gab nur einen. Und dann gab es nur eben dieses Programm und dann hatte er so Dinge um acht Uhr abends über die Wasserläufer oder irgendwelche Fliegen und was für wundervolle Farbe der Flügel hat und schauen Sie jetzt hier. Und dann haben alle geschaut. Weil das ist das, was einen interessiert, abends um acht, die Farbe eines Flügels, seine Fliege und da haben sie gesehen, wie wunderbar. Und alle, wow, Sie können es zu Hause nicht sehen, das ist so, Sie müssen sich vorstellen, so bläulich. Ah, bläulich. Wahnsinn, es ist bläulich. Und das heißt, dieses Leid... Kennen Sie Diskothek in 2? Das ist... Nein, wo auf dem SRF 2 über klassische Musik diskutiert wird. Ja, das ist doch so ein Phänomen. Ja, richtig, stimmt. Unglaublich, diese Leidenschaft. Das heißt, das steckt natürlich an und man schaut und das ist einfach, weil der so eine Leidenschaft hat. Und es kann sein, dass man überhaupt nichts lernt, außer der hat eine Leidenschaft. Und das ist nicht das Schlimmste. Weil, also, wenn jetzt, mein Vater hat mir viele Dinge so in der quasi, das ist das für einen Baum. Ich glaube, es heißt Botanik. Ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls, etwas, was so mit Natur zu tun hat. Jetzt muss ich sagen, ich kenne praktisch keine Bäume und so weiter. Ich suche immer so eine App, aber ich weiß nicht, wie ich das herunterladen kann, aber das mache ich dann schon. Und, dass ich das auch wieder mal lerne, was so eine Eibe und so ist. Das heißt, gelernt habe ich eigentlich von ihm nur, dass er die Natur wirklich gerne hat. Und es ist eigentlich gut, dass viele Menschen Dinge gerne haben, die uns selber gar nicht interessieren. Das ist eigentlich eine gute Welt. Eine vielfältige Welt. Aber ist es nicht genau so, dass diese genialen, leidenschaftlichen Lehrpersonen sehr oft sich an den Rand an der Schulen schnell mal bewegen, weil sie eben vielleicht diesen normierten, gängigen Vorstellungen von Qualität und diesen vielleicht auch ein bisschen öden, Grauwerten einer für alle gültigen Erziehung ein bisschen entziehen. Ich meine, das waren ja die Figuren, an die man sich erinnert. Ein bisschen, ja, auch exotisch, ein bisschen speziell. Ja, ich weiß nicht, ob diese Geschichte nur eine Verlustgeschichte ist oder ob wir nicht einfach alle das Gefühl haben, früher waren das so tolle Figuren und dabei, wenn man dann genauer schaut, waren es vielleicht doch nicht so toll. Und das heißt, und vielleicht die, die wir im Kopf haben, sind dann vielleicht doch nicht so grau. Ich will nur sagen, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Das heißt, ich glaube, es gibt auch so diese biografische Aspekte. Aber es gibt viele wie Sie in dieser Leidenschaft an der Universität. Nein, aber würde es viele ertragen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist gut. Also ehrlich gesagt, und ich schätze eigentlich an meine Zürcher Kollegen, dass sie mich doch, dass sie mich da gewählt haben, das hat mich eigentlich selber ein bisschen erstaunt. Und gewähren lassen. Ja, also Sie müssen, jetzt können Sie nichts anderes. Jetzt haben Sie den Salat sozusagen. Wir haben im Titel den Satz, gute Bildung braucht Konflikte, ist ja nicht ein wahnsinnig überraschender Ansatz. Aber trotzdem, man geht zu oft gesellschaftlich von homogenen Vorstellungen aus. Man will ganz konkret auf eine Brauchbarkeit hin, Menschen erziehen und bilden. Was genau meinen Sie, wenn Sie so stark betonen, dass man diesen Widerstreit auch ertragen soll? Sie sagen teilweise sogar, eine Schule dürfte durchaus mal eine Gegenwelt sein, zur Welt. Sie muss nicht immer die Kopie dessen sein, was dann mal kommt, weil man auch gar nicht genau weiss, was kommt. Nein, ich glaube, zum Zweiten, dann vielleicht zum Konflikt, diese Dichotomie zwischen Schule und Leben oder Schule und Welt, das ist sowieso ganz schlimm. Also das, wenn man sich mal überlegt, was heisst das eigentlich, wenn wir glauben, die Schule und das Leben oder die Schule und die Welt hätten miteinander nichts zu tun. Oder das wahre Leben kommt dann erst später. Was soll das eigentlich? Da merkt man, das ist doch, das ist irgendwie nicht gut. Das ist ein Dualismus und deshalb, apropos Pragmatismus, solche Dualismen hat der Dewey einfach strikt abgelehnt. Und da hat er natürlich schon recht. Und was ist eigentlich mit einer Pädagogik los, die die Lebensnähe zum didaktischen Prinzip aufspielt? Und dann welche, welches, ich frage mich dann immer, welches Leben, welches ist es der Alkoholismus meines Vaters, die Depression meiner Mutter, die meine Kollegen, die stundenlang irgendwelchen Stumpfs anschauen, ist das, soll man das in die Schule reinbringen? Wo ist denn das Leben? Da merkt man, das Leben ist hier eine Metapher und zwar eine absolute Metapher, das heißt, man weiß nicht, wofür es steht. Das ist nur Rhetorik, das kann ich nur, heute ist es nur ablehnen. Und das ist genau dort, wo wir eben mit dem Kopf nicken. Ja, das Leben. Und ich will nur sagen, das ist sehr interessant, dass die Gedanke, nicht nur bei Kortschak und auch anderen Reformpädagogen, das Kind, apropos Ganzheitlichkeit, das ist nicht einfach nur etwas Negatives, dieser Vokabel, das würde ich nie so kritisieren, sondern, dass die kindliche Lebens- und Erfahrensweise, das kindliche Leben ist ein ganzes Leben. Das wahre Leben kommt nicht erst später. Und für Schleiermacher war klar, wenn so viele Kinder sterben, die Chance, wenn mehr Kinder sterben als Erwachsene, das war zu Schleiermachens Zeiten noch der Fall. Das heißt, Mensch sein bedeutet, die Chance als Kind zu sterben ist größer als Erwachsen zu werden. Da muss sozusagen schon aus theologischer Sicht dieses Leben ein ganzes Leben gewesen sein. Und man muss, dieses Leben muss auch ein sinnvolles Leben sein und ist nicht nur eine Vorbereitung für ein späteres Leben. Und da merken wir diese ganze Idee des Transfers und dass wir das benutzen könnten und genau wüssten, welche wissen wann. Das ist ein Riesenirrkund. Und so sollen wir doch die Freude haben, uns mit einer bestimmten Leidenschaft auf einen Gegenstand hingerichtet zu sein, zusammen. Das ist doch wunderbar. Und man kann sich was zeigen und sagen lassen, man kann sich einmischen. Da müssen wir doch nicht wissen, warum. Wenn ein kleines Kind sich für Dinosaurier interessiert, sagt man doch nicht, Dinosaurier sind tot. Ich meine, mach doch was anderes. Mit dem kannst du nichts. Das passt überhaupt nicht. Wir können nicht wissen, wozu etwas in Zukunft gut sein wird. Das ist ein Irrtum. Und vor allem, man kann nicht zur gleichen Zeit sagen, alles ist offen und dann wollen wir aber noch wissen, wozu es gut ist. Ich meine, man merkt dauernd nur so völlig inkonsistente Rede und zum Teil ist es so ärgerlich, aber ich habe jetzt gemerkt, die Dauerempörung ist auch keine sinnvolle Lebensweise. Also das ist auch ein Punkt noch bei Eric Brynjolfsson. Er sagt, eigentlich müsste man das Bildungswesen völlig revolutionieren, weil der neue Mensch, der einen total anderen Zeit- und Raumbegriff hat, wird mit allen Mitteln technologisch mit völlig anderen Qualitäten umgehen müssen. Niemand weiss es. Michel Serre sagt in seinem schönen Buch die Liebsterklärung an die vernetzte Generation, er sei traurig, dass er über 80 schon sei und nicht erfahren werde, wie anders diese Menschen mal leben werden. Also eigentliche Digital Natives gibt es gar noch nicht, die sind jetzt langsam am Wachsen. Was werden die so total anders machen? Haben Sie noch Hüte? Das weiss ich natürlich auch nicht. Ich will nur sagen, dass man gleich von solchen Erkenntnissen wie, dass vieles möglich sein wird, darauf schließt, dass wir die Schule revolutionieren müssen. Das sagen so Menschen wie der Precht. Gleich alles verändern. Das ist ein grosser Irrtum. Und ich glaube wirklich, dass heute progressiv sein bedeutet, zu konservieren. Das, was gut ist. Und der Unterschied von Fortschritt zu Innovation ist, dass der Fortschritt eine Idee ist, wie die Herkunft mit einer Zukunft verbunden wird, die wir gestalten. Und das ist die politische Idee der Modernen. Und Innovation bedeutet, dass vermeintlich eingestehen, dass wir nicht mehr wissen, warum. Deshalb, seid ihr schon Bologna? Habt ihr schon scheitern? Modernisiert? Nein, nein, nein. Warum? Ach, wir müssen auch hier so. Das heißt, überall dieses sich verändern und alles ist offen. Und das ist pädagogisch völlig eine untaugliche Hintergrundsphilosophie oder Theorie. Das kleine Kind soll doch nicht vor allem erfahren, alles ist offen. Vielleicht wird es keine Menschen geben, vielleicht werden wir so, was ist das für eine Welt? Sondern eher doch, schau wie schön. Hast du gesehen hier? Sie spekulieren ja. Das ist doch ganz anders. Und nur weil die Technik, die Technik führt zu neuen Problemen, aber es gibt ein paar anthropologische Konstanten und die werden bleiben. zum Beispiel, dass wir klein anfangen. Auch Zwerge haben klein. Ja, es ist. Sie spekulieren an einem Punkt sogar, wenn ein Mensch, der vor 200 Jahren gelebt hätte, heute in ein Schulzimmer käme, er würde sagen, hat sich ja nichts verändert. Ja. Weil im Kern, und das finde ich spannend, Sie sagen, die Grundsituation des Lernens und Lehrens ist dieselbe geblieben. Ein Ort, wo sich Kinder verorten können, wo sie sich sicher fühlen, wo sie Vertrauen aufbauen können und eine Person, die mit diesem Vertrauen nicht spielt, sondern sie damit auf neue Themen hinführt. Das ist nämlich das Argument, was Bob Slevin und viele dieser Evidenzleute, die glauben, und dann heißt es noch Evidenz, das ist auch ärgerlich, aber gut, die glauben, es sei ein Indiz dafür, für die Trägheit des Systems. Und Trägheit sei nicht gut, das Schulsystem und Bildungssystem sei zu wenig adaptiv. Und deshalb kommt seine Idee, wäre da ein Mensch im 18. Jahrhundert eingeschlafen oder eingefroren worden und heute taucht er auf, geht durch die Welt, wow, KKL, keine Ahnung, was ist denn das, wäre total fasziniert und endlich kommt er in eine Schule, das versteht er wenigstens, oder? Das kommt ihm bekannt von. und das braucht er als Argument, um zu sagen, so altertümlich und altbacken ist die Schule. Und als Pädagoge sollte man sagen, das ist die Stärke, diese Stabilität, dass es darum geht, dass die ältere Generation, die jüngere etwas zeigt. Dann wird vieles sich verändern, aber das sind eigentlich Oberflächenphänomene und deshalb, man kann ja nur anraten, dass man ab und zu einfach auch ein paar Dinge liest, die schon ein bisschen früher geschrieben worden sind, es wird einfach mehr gedacht, als man denkt und das trifft auch schon für frühe Generationen zu. Das heißt überhaupt nicht, dass man konservativ ist. Aber die Arendt ist insofern konservativ, weil gelehrt werden kann nur das Bewährte, das Bekannte, das Neue, kann nicht gelehrt werden. Und deshalb ist es einfach eine, ist das eine Rhetorik, nämlich das ist die Innovationsrhetorik, die leider den Fortschrittsgedanken ersetzt hat. Der Schleiermacher, nur dann kurz, die Frage, nämlich die pädagogische Frage sei, was will denn die ältere Generation von der Jüngeren? Sie muss eine Idee haben, was wollen wir von denen? Zur gleichen Zeit das Eingeständnis, die jüngere Generation ist noch nie so rausgekommen, wie die Ältere das wollte. Das ist modern. Modern heisst, wir zeigen einen Weg, aber die wollen nicht dahin. Egal, weiter zeigen. Dann weiss man, die gehen dann dort, aber weiter zeigen ist besser. Wie sieht es denn, wie sieht es bei Ihnen aus, im Lehrsaal, im Vorlesungssaal, alle Studenten wie hier mit dem Notebook aufgeklappt? Ja, und dann machen die einfach andere Dinge. Ist egal. Nein, das finde ich, ich habe einmal Kommunikation an der Uni Zürich, ein Referat gehalten, alle hatten das Notebook offen. Ja, aber sie wissen ja nicht, was sie genau anschauen. Ja, eben. Und dann sagen sie vielleicht Marx, und dann schauen die, wer war Marx. Was machen die auch? Die sind dauernd auf Wikipedia und Google und so weiter. Das heisst, wir wissen nicht, was die schauen. Zum Glück. Aber Sitzungen zum Beispiel mit Kollegen und die einen nehmen dauernd noch am Schrecklichen. Das stimmt, das ist auch schrecklich. Ich merke, das stört sich. Sie nicht? Nein, wenn man selber, Sitzungen können so unerträglich sein und einfach zwischendurch etwas so beantworten können, das hat schon was. Sagen Sie jetzt vielleicht gegen Ende, was wären Ihre herzesten Kritiken? Sie waren ja eigentlich eher jetzt der, der sagt, betonen wir das Gewöhnliche, stehen wir dazu, dass es gewisse auch anthropologische Konstanzen gibt, auch biologische Konstanzen, dass man da auch aufbauen kann. Was wären die krassen Momente, wo Sie denken, unsere Schule könnte schieflaufen? Ich weiß nicht, es ist eine schwierige Aufgabe, ich würde sagen, ich glaube, ich glaube erstens, dass die Schule aus pädagogischer Sicht verklärt wird, dass sie in ihrer Komplexität, in ihrer Vielfalt der Funktionen wird sie verklärt. Sie ist nur bedingt eine pädagogische Institution. Und das muss man als Pädagoge, auch als Lehrperson erkennen. sie ist natürlich auch eine administrative Institution. Sie ist eine politisch bedeutsame Institution. Sie hat Funktionen, wie die Selektionsfunktionen, die pädagogisch schwierig sind. Die sind nötig für eine komplexe, hierarchisierte Gesellschaft und moderne, komplexe Gesellschaft, das sind alle stratifiziert. Es kann gar keine andere Aufgabe so im Zentrum sein, wie die Selektion für viele. Und die Frage ist nur, wie man das organisiert. Aber pädagogisch ist das alles schwierig. Deshalb, das heißt, es ist eine widersprüchliche Institution. aber vieles funktioniert sehr gut. Und das finde ich, das heißt, ich glaube, das ist eben gefährlich, wenn man allzu negativ spricht. Das nimmt einem auch als Lehrperson einfach meines Erachtens die Motivation, hier überhaupt etwas zu tun. Dann glaube ich aber, es gibt viele Probleme. Das, was man kann so mit Akademisierung, kann man darüber diskutieren, dass es tatsächlich ein Problem sein könnte. Ich rede nicht von der Lehrbildung, sondern überhaupt. Und da ist die Schweiz mit dem dualen System von außen so ein bisschen unter Kritik. Das ist interessant für die Schweiz in Zukunft. Und aus pädagogischer Sicht finde ich eher, was mich ein bisschen, was ich eigentlich schlimm finde, ist, wenn wir so lange in der Schule herumsitzen müssen. Und ich meine, ich will nur sagen, unter dem Stichwort Akseleration haben die Entwicklungspsychologen gezeigt, wie die Geschlechtsreife in den letzten 200 Jahren sich von 18,5 auf 11 und so weiter, bei den Mädchen ist es noch rabiater als bei den Buben, Jungs, sich eben früher einsetzt. Und das heißt, die Kindheit wird kürzer, die Ausbildungsgänge werden immer länger, die Abhängigkeiten immer länger. Das heißt, plötzlich entsteht eine Jugendzeit, genauso wie die Soziologen sagen, vor 200 Jahren gab es eigentlich diese Zeit gar nicht, sondern eher ein abrupter Wechsel von Kindheit in die Erwachsenenrolle. und diese 15, dann vielleicht 20 Jahre, wo alle sagen, du musst in dich investieren und alle investieren in sich und alle sagen, es ist alles offen. Das ist irgendwie, dann sitzen die alle da, das finde ich irgendwie wirklich demoralisierend und wenn man ein bisschen wissen würde und merken, hier ist eine Gesellschaft, die möchte einen, entweder für den Sozialismus oder den Kommunismus oder die Demokratie oder die Armee oder den Gott im Himmelsreich, hier gibt es Aufgaben. Ich bin gebraucht. Ich bin irgendwie gebraucht und deshalb, ich würde auch nie Funktionalismus, ganz schlimm, Instrumentalismus, ja, der Mensch, man muss ihn auch instrumentalisieren können. Wenn man selber nicht mehr, keine Funktion mehr für den anderen hat, dann merkt man, wie schlimm es ist. Deshalb Funktionen ausüben, auch für andere ist eine gute Sache. Aber eben, wie es bei Kant hat, nicht nur, niemals nur als Mittel. Das ist klar. Herr Reichenbach, ich glaube, wir sind am Ende dieses Gesprächs. Herzlichen Dank. Sie haben viele Begriffe, die wir eigentlich salopp immer brauchen, ein bisschen gegen den Strich, semantisch anders interpretiert. Wunderbar. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. 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 Ja, ich möchte noch auf das zehnte Gespräch, jetzt habe ich gerade das Datum nicht im Kopf, ja. Wir haben am 23. April Professor Dr. Tanja Singer, Neurowissenschaftlerin, sie ist Leiterin des Max-Planck-Instituts in Leipzig. Ich freue mich, wenn Sie wiederkommen. Neurowissenschaften geht eigentlich ziemlich logisch weiter für uns. Ein spannendes Gespräch wird das werden, bin ich überzeugt. Danke für Ihren Besuch und noch schönen Abend. Danke. Danke. Danke.